Oh, das sind meine Beine beim Rachen. Also wir sind hier bei Aufm Schrankteil 3. Aufm Schrankteil 3. Spreiz deine Beine, sag die Fotze. Mann, das heißt das Leben aufm Schrankteil 3. Also, hi. Ich bin aufm Schrankteil 3. Du fügst Schule. Äh, ja, zu mir. Ähm, wir wollen heute, was wollen wir machen? Absteigen. Heute, eigentlich in den nächsten 2 Minuten. Ich will jetzt absteigen und dann... Ja, nochmal bitte. Äh, ähm, okay, haben wir verstanden. Ja, das hast du verstanden? Okay. Ah, die müssen wir nochmal hier von der Seite bitten. Äh, nein, jetzt was auch. Ich werde, ich werde es jetzt so zeigen. Ja! Das werde ich jetzt erstmal absteigen. So, schau mal. Hi! Du brauchst, verdammt, das sind meine Eier. Gib mir die Kamera wieder. Geh mir die Kamera. Und, und. Okay. So, halt. Ähm. Spasti? Nicht Spasti. Spasti, nicht Spasti. Ja. Ja, ja. Das tippt mich nicht, Mann. Also, das ist das Klo. Nee. Hundeklo? Das ist ein Geballwagen. Eine sehr lustige Spülung. Ich weiß gar nicht, wie die funktioniert. Aber jetzt, hör auf, Mann. Das ist doch... Du Kinderkacke. Das ist so klau. Jetzt, hau mal ab, Mann. Das ist doch was, ne Verschwendung. Wir haben hier den Schlick-Kattern. Das Klick-Kattern. Schlick-Kattern. Das ist eine Tüte. Eine Tüte für Kacker. Eine Katrin-Tüte. Katrin. Weißt du die Katrin? Natürlich Katrin. Die können wir mal auf, so. Die können wir mal drüberziehen. Die müssen rein. Ein Tütenkontom. Ein Handykontom. Geil. Oh ja, das Wichtigste haben wir noch vergessen. Die Kluge-Sets. Und eigentlich auch... Hier haben wir das... Wie heißt das? Kluge-Kattern. Das ist sehr weit vom Kluge-Sets. Ja, ja, ja. Das ist wirklich heiß. Klar. Irgendwann ist das ein Kluge-Kattern. Arschbecken. Späck. Oh Gott. Ich hab mein Gesicht gesehen. Oh Gott. Ja, schauen wir mal da rein. Hey, das ist eine Dusche. Wie geil. Okay, das war dann halt schon mal. Das ist an die Wehr. Ach, das ist ein Dings nicht, seit ich. Das ist ein Dings nicht. Ich habe hier vom Energy. Das ist ein Duschgel. Das ist so ein kleines Sport-Duschgel. Hey, das ist... Oh. Und das haben wir hier. Schleppel. Oh, ich bin ja echt. Echt? Tja, ähm. So, ich mach mal das Fenster auf, wie es dir aussieht. Mach mal das Fenster auf. Oh, Lecken vom Arsch. Halt's auf, bitte. Hey, lass mich hier aus. So, jetzt pass mal auf. Warte mal, wir haben hier... Da ist... Speech-Volli-Buy. Frust-Boy. Träuch. Ist mir egal, der Knochen fälscht mich grad ein. Dann, du hör auf. Ja, gehen einen Schritt weiter. Ja, halt's mal. Äh, wir haben grad abgebrochen. Es war... Un... Äh, war blöd irgendwie. Es ist blöd gelaufen. Also, dann machen wir mal Teil 3, Teil 2. Also, Teil 3, Teil 3, Teil 3, Teil 1. Ja, von mir aus ist mir ja egal. Äh, ich werde jetzt wieder auf den Schrank aufgehen, halt mal. Oh, Actioncam, Lifecam. Ja, komm, tatsächlich für Gesichter auf den Gang. Ah. Oh. Und da packt wieder mal den Schrank. Kennen wir schon. Oh, die sind sexy hin, dann schau dich mal an. Schau dich mal an. Er ist da weg. Oh, kann ich nicht. So, äh, was muss man mal jetzt eigentlich? Ich weiß nicht. So, kann man mal erzählen, was man jetzt alles machen kann. Viel. Viel. Ich hab' nicht, die macht eigentlich. Haha, das war's, äh. Was fein ist, zählen bleibt noch? Man, die ist immer noch langweilig. Jetzt haben wir eigentlich unsere Beschäftigung. Okay, und was machen wir? Hey, du bist ja toll geklappt, Mann. Was? Was? Heide! Oh, was machen wir diese Postsau? Okay, wirklich. Äh, na, Fickfeder. 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 Natürlich. Ähm. Schau mal, die Kamera auch nicht so sieht. Wie kann man das sieht? Ich so nicht. Ich hab' auf den Sack gesoomt. Haha. Du Schwachgutze. Hi. Hi, ist der Adolf? Hallo. Hi, hier ist der Adolf. Adolf auf seinen Bunkerstand. Hey Seth. Wer war der erste römische Kaiser? Adolf Hitler. Echt? Nein. Der war der bedeutendste Mann im römischen Reich. Der war der bedeutendste Mann im römischen Reich. Adolf Hitler. Der war der bedeutendste Mann im römischen Reich. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Fitter. Ne, jetzt mal Spaß. Der ist mal wieder scheiße gelaufen hier. Sally muss sich jetzt anziehen. Weil Sally muss essen. Hier haben wir unseren sexy, sieht man. Komm mach halt. Ja nochmal zippern, zippern, boah. Zippern. Hey. Noch zum Abschied? Tschüss. Oh, jetzt ist der Tobi da. Jetzt ist der Tobi da. Tobi, sag doch mal. Sagt doch was. Oh nein, nirren. Oh nein, nirren. Oh nein, nirren. Man sieht man gefälscht sofort. Oh nein, nirren. Guck mal. Ey, ich bin nicht aus. Schau mal her. Schau mal her. Schau mal her. Also. Oh nein, nirren. Von mir ist mein Schuss. Oh nein, nirren. Oh nein, nirren. Weißt du das halt hier? Oh nein, nirren. er hat um ein Teil der Freude an und wenn da war in der Welt aber auch immer das war die Erwanderung das war die Erwanderung um die Vorhinein ohne Anwender vielleicht meldet sich nicht nur noch mal wieder aber jetzt nicht mehr und die bei der Angelegenheit auch schon und der Bekupfer für den Blüten der Wettbewerber an den Welt Oh mein... Ah! Ich fühl's immer noch. Ja, okay. Ich glaub, wir sollten das mal Ende machen. Ich bin krank. Jetzt. Schwul! Niemand da. Ich hab nie eine Klassen. Krank. Krank.